Hallo meine Freunde. Gestern haben viele Menschen einen großen Tag gefeiert. Ich werde es heute etwas ausklingen lassen. Nichts ist vorbereitet. Schauen wir mal was passiert. Ich würde es passen. So, ich mache mich jetzt zum Minimi. Und dann gehts los. Wenn ich mit Mikroarbeit brauche ich die Kopfhörer. Also gut. Da kommt nichts Gescheites. Das wird jetzt ein paar Minuten dauern bis ich ein paar Instrumente zusammengesucht habe, bis ich das mal passen. Okay. Dann brauche ich mich. Ich mache es nochmal für den Hintergrund. So. Hohohohohoho. Der kommt mit in die Partie. Der sorgt für Atmosphäre. Dann schauen wir mal was... Ok, das ist auch ein bisschen das Basic. Den werden wir ein bisschen später reinschicken. So, ja. Jetzt müssen wir hier ein Verpacken verhalten. Ja, da wird ein paar Mal arbeiten. So, das werden wir einfach mal auf Netz gehen. Und viel Spaß. Ich habe ja nicht gekriegt, was ich spiele. Ja. Ich fange mir mal ganz arg an. Ich fange mir mal 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 an. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Keine Arbeit, das ist ja keine Arbeit, das ist, jedenfalls keine Arbeit. Was das heißt, soll jeder selbst entscheiden. Wenn Musik Arbeit sein sollte, dann macht man was Falsches. Musik soll Co-Arbeit sein. Jetzt ist er, lebt die Musik. Bearbeitet Musik, arbeitet mit Musik. Aber das Unweiß muss nicht so haben, ja. Das soll ja auch Spaß machen. Und der Leck kostet so viel mehr, als die ganze Geholzscheche, egal was da drauf steht. Und da haben wir den Geholzscheche ein kurzes Reichen gehört. Das soll ja auch Spaß machen. Das soll ja auch Spaß machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020